Wenn ich bin gegangen in die State School, habe ich gesagt, dass ich jedes Jahr von den Jüdischen kennengelernt habe. Ich bin der einzige Jünger, der in eine jüdische Schule gegangen ist. Die anderen sind gegangen in die Talmoteure. Ich bin der Jok, weil ich nicht religiöse bin. Aber ich habe später ein bisschen gelernt wegen der Religion. Nein, zuerst, was man darf bemerken, wenn ich es gewinne, bin ich sechs Jahre alt. Und in meiner Klasse ist es immer mehr frei zu denken, wie in seiner Klasse. Und wenn sie erzählen, muss ich selber wie meine erzählen, aber wenn ich jung und 13 Jahre alt bin, hat man eine Skifforganisation geschaffen. Und ich bin ein Mitglied von Skiff. Und wenn ich es nicht gewinne, bin ich nicht gewinne. Und Skiff, weil sie nicht gewinne, als Skifforganisation. Und die Fahrer sind ein bisschen anders. Sie liebten, weil sie nicht gewinne, als Skifforganisation. Das ist ja. Das ist ja. Das ist ja. Wie bitte. Das ist, die Klasse. Untertitelung des ZDF, 2020